Musik Herzlich willkommen zu unseren heutigen Gedanken der Hoffnung. Ich lese aus dem bekannten Psalm 23, aus dem Vers 3, den zweiten Teil. Der Herr führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. In einem Kirchenlied, das sehr gern gesungen wird, heißt es, er führt mich. Das Herze singt, oh Wort, das Seel geruhe bringt. Was ich auch tue, wo ich auch bin, da führt Gottes Hand mich hin. Können wir das, was wir da singen, auch glauben? Haben wir wirklich den Eindruck, dass Gott unser Leben führt, beziehungsweise bisher geführt hat? In ein Navigationsgerät kann man auch Zwischenziele eingeben. Dann geht es nicht auf direkten Weg zum Ziel, sondern erst zu den Zwischenzielen. Geht uns das auch so? Manchmal haben wir die Gewissheit, dass wir uns auf dem direkten Weg zum Ziel befinden. Aber es gibt auch Tage, da fühlen wir uns eher auf Abwägen. Und wir fragen uns, werde ich noch von Gott geführt? Wie können wir denn überprüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind? Wenn ein Schiff mitten auf dem Ozean ist, dann muss der Kapitän dem Kompass vertrauen. Uns steht das Wort Gottes als verlässlicher Kompass zur Verfügung. Und das Gebet könnte man als eine Funkverbindung bezeichnen, durch die uns Gott in schwierigen Situationen noch weitere Navigationshinweise gibt. Ganz wichtig ist auch der Blick zurück. Manchmal erkennen wir erst im Nachhinein, wie Gott uns geführt hat. Es gab Situationen, in denen wir wahrscheinlich falsch entschieden hätten. Nur eins hat uns davor bewahrt. Wir haben uns ganz bewusst unserem Gott anvertraut. Und er hat uns geführt, weil er voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Rückschau und Standortbestimmung, das ist extrem wichtig. Jeder von uns braucht diesen Kontrollblick, mit dem wir prüfen, ob wir noch auf dem rechten Kurs sind. Ja, wir wollen das Ziel erreichen. Darum nehmen wir die Führung Gottes ernst. Wir legen Gott am Morgen den Tag vor. Wir bitten ihn um Wegbegleitung. Und wir vertrauen uns ihm an. Gerade vor schwerwiegenden Entscheidungen können wir uns den Refrain des Liedes bewusst machen. Glücklich ist jeder, der auf die dritte Strophe dieses Liedes voller Überzeugung anstimmen kann. An deiner Hand will gehen ich her. Nicht murren oder klagen mehr. Mit meinem Los zufrieden sein. Denn du, mein Gott, du führst mich fein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute Gottes führende Hand auch erleben können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!